Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Microsoft blockiert einen weiteren Weg zur Installation von Windows mit einem lokalen Konto. In der neuesten Version von Windows 11 wird es nicht mehr möglich sein, das System ohne ein Microsoft-Konto zu installieren. Benutzer werden stattdessen gezwungen sein, sich mit einem Online-Konto anzumelden, anstatt die Option eines lokalen Kontos zu haben. Diese Änderung hat bereits eine Flut von Kritikern auf den Plan gerufen, da viele Menschen ihre Privatsphäre schützen wollen und es vorziehen, lokale Konten zu nutzen. Diese Entscheidung ist nur der jüngste Schritt in Microsofts Bestreben, seine Nutzerbasis stärker in die Cloud zu integrieren und seine Online-Dienste zu fördern. Bereits in der Vergangenheit hatte das Unternehmen schrittweise begonnen, die Optionen für die Nutzung von lokalen Konten zu reduzieren. Bei der Einführung von Windows 10 war es zunächst noch möglich, ein lokales Konto bei der ersten Einrichtung des Systems zu erstellen. Doch mit späteren Updates wurde diese Option immer schwerer zu finden. Jetzt scheint Microsoft den endgültigen Schritt zu machen und lokale Konten komplett abzuschaffen. Reaktionen der Nutzer Diese Veränderung hat bei vielen Benutzern für Unmut gesorgt. Zahlreiche Nutzer haben bereits ihre Sorgen über die zunehmende Abhängigkeit von Online-Diensten geäußert. Einige Benutzer befürchten, dass ihre Daten bei einem zentralisierten System anfälliger für Hacks oder Datenschutzverletzungen sind. Andere kritisieren, dass Microsoft ihnen die Kontrolle über ihre eigenen Geräte entzieht. Ein weiteres Argument gegen die zunehmende Abhängigkeit von Online-Konten ist die Gefahr von Hacking-Angriffen. Je mehr Menschen gezwungen werden, ihre Daten online zu speichern, desto attraktiver werden Plattformen wie die von Microsoft für Cyberkriminelle. Microsoft hat diese Entscheidung damit begründet, dass der Einsatz eines Microsoft-Kontos die Benutzererfahrung verbessern soll. Durch die Verwendung eines Online-Kontos können Einstellungen und Daten einfach zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert werden. Dennoch sind wir überzeugt, dass die Vorteile, die ein Microsoft-Konto bietet, letztlich überwiegen werden. Alternativen und Workarounds Fazit Fazit Die Entscheidung von Microsoft, lokale Konten bei der Installation von Windows 11 zu eliminieren, ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Unternehmens hin zu mehr Cloud-Diensten und einer vernetzten Benutzererfahrung. Obwohl die Vorteile eines Microsoft-Kontos unbestreitbar sind, bleibt die kontroverse Frage im Raum, wie viel Kontrolle und Datenschutz Benutzer bereit sind, im Gegenzug für diese Vorteile aufzugeben. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.